Alles klar. Warten wir's. So, den Kopf ganz nach hinten, die Arme an den Körper, die Bühne fließen automatisch. Und verliegelt. Dann dürfte ein Händchen ans Heidel stecken. Okay, wir haben den Start weiter. So, packen wir's. Dreh' wir das Ganze mal. Ganz gemütlich, ganz geschmeidlich für die Mädels zum Eingelöne. So, wollen wir schneller? Ja, für Leute, du willst schneller. Das hab ich mir gedacht. Los, lass' wir gleich mal drehen. Auf geht's. Attacke. Wir heben dann mal ab, ja? Ab nach oben mit euch. Wir begeben uns auf eine Flughöhe von 25 Metern. Wir machen nur einen kurzen Stopp. Wirft einen Moment lang, die Aussicht genäht, bevor es losgeht. So, links an der Karte kann schon wieder eingecheckt werden. Für den nächsten Flug. Und dann auch noch mal ein Sprung. 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 Mensch, was greift ihr denn so? Da ist doch noch gar nichts passiert. Jetzt geht's also. Sparquats, lassen wir euch fliegen, ja? Ready? Into Fla-to 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 Fla! Here we go! Los geht! Los geht! Bring mal ein bisschen Schwung in die Kiste! Da schaukeln wir uns mal ein bisschen ab! Jawoll, jawoll! Ich dreh euch jetzt ein bisschen ab! Haha! Das ist der Wahnsinn, das ist der Knall! So, ready? Wir liegen los! Ab geht's! Volle Pulle! Ah, ah, ah! Danke, danke! Wow, wow! Jetzt stehen die Gäbeln so richtig. Was, meine? Das ist unser Hunde drauf schicken! Jawoll! Super! So, wie sieht's aus? Habt ihr alle noch Lust? Oh, ach! Try for Style! Top für Drehner Paul Tschirn! Wir schütteln euch jetzt mal richtig Mafia! Die Party Maschine! Nummer eins in Hamburg! In Hamburg! Wul! 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 Wendy! Wul! 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 Ab durch ihn wieder bringe ich ihn. Fetz, Fetz, Bibi! So, jetzt schon mal links an der Kasse einchecken für den nächsten Zug dabei sein hier. Mitmachen, ausprobieren! So, ich stelle euch jetzt eine kleine Verschnaufbombe. So, wie sieht's denn aus daraus? Da hat der jetzt immer noch Lust, ja? Freut ihr immer noch mehr? Oh Mann, oh nee, der kriegt den Hals auch nicht voll, oder? So, Sparkass, drehen wir das Ganze mal andersrum, hinten rum, rückwärts. Auf geht's, Rondi! Jetzt aber! Küsst du dein Haar für mich! Haha! Und jetzt, und jetzt geht's auf! In den Hügel! So, wollen Sie noch eine Zugabe? Oh, warte noch mal! In den Hügel, ich krieg den Hals auch nicht voll, oder? Ja, los! Ich bin gut drauf, ich bin gut drauf, dann geht noch was hier, da packen wir noch was raus! Lasst euch noch ein paar Minuten fliegen, hier! Links an der Kasse ein-check-in für den nächsten Flug dabei sein! Wir machen! Wir machen! Eine Zugabe gibt's von mir noch! Doch, jetzt habt ihr aber keine Lust mehr, oder? Wuuuuh! Hahaha! Warum muss ich das so wirklich unterschreiten? Ja! Ja, los, Bloddy! Ein-no-fli-lo-fli-lo-fli-den hier! Der ist auch Bloddy-den, haben wir recht zum Fliegen! Wir swingen! Das bin ich Fieeeeeeeeee-iii-iii-iii-iii-iii! Das ist ein End-Sport! Wuuuhuuu! Ein dafür! Links an der Kasse einschicken! Für den nächsten Flug! Der ist noch nicht wieder! Da! Ein-einen! So, alles klar, wir setzen uns an einen Tag. Neue Modell-Moeira ist der Anschließungsgericht. Links an der Kassaden-Chicken. Jetzt wieder mitmachen, dabei sein wir. Links an der Kasse gibt es die Tickets für den nächsten Flug. Anschließen. Jetzt wieder Menschen-Chicken. So, Kassaden. Ich hoffe, ihr habt alles heil überstanden. Super, ne? So, ihr freut sich. Ja, super gut. So, dann geht's für euch nach hinten raus. Da ist der Aufgang. Der Hinflöster aus der Gittbühne ist nicht veröffentlicht.